Wir sind im alten Opelwerk in Rüsselsheim. Wir bauen jetzt hier noch die Leuchtkammern auf für den Vanessa Mai-Andrea Bergdreh. Und ja, läuft super. Hi, ich bin Mickes Fontanier, ich bin der Regisseur von heute und ich habe mir den ganzen Käse hier ausgedacht. Der Song hat eine wunderschöne Message. Der Song steht für Frieden, Gemeinsamkeit, für die, die seine eigenen Träume nicht verlieren. Und das versuchen wir heute hier auch in Bildern darzustellen. Jetzt wird Licht gemacht. Den Hand in Hand. Ja, genau. Das ist super. Also, wo bist du denn? Okay. Wir haben heute schon in diesen super Aquarien da. Ich war der Goldfisch und Sieb-Mail-Fisch. Und da haben wir schon gedreht. Und jetzt kommen Kinderchor-Tänzer und alle dazu. Und die befreien uns dann aus unserem Aquarium. Endlich mal. Der Tag läuft episch, Freunde. Das sag ich euch. Wir schreiben heute Geschichte. Macht den Kreis immer zu. Füllen aber mit mehr Energie. Das heißt, wir wollen. Bam, bam, bam. Ja, 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 super. Hinten, mal hinten. Geht ja nur da vorne. Geht's nur hinten. Oder die müssen die Scheibe einknacken. Ja. Mit Nothammer. Können wir aber nur einmal machen. Das ist der 8. Die anderen bewegen sich ganz viel. Das sind ganz viele Fähnchen. Aber ihr müsst immer versuchen, den Tobi dazwischendurch zu finden. Der Tag heute lief sensationell. Wir haben ein mega cooles Shooting. Es ist so warm. Es ist so herzlich. Es ist so eine gute Energie hier. Meine Herausforderung heute ist nicht zu heulen. Ich bin jetzt schon ein bisschen fertig, aber wir sind jetzt bei der letzten Szene. Ich bin sehr zufrieden dafür, dass man auch mit so einer großen Statistenzahl arbeitet. Hat eigentlich echt alles sehr gut geklappt. Ich bin happy. Jetzt kommt der letzte Schuss. Wahrscheinlich macht der schöne Robin jetzt einen Cut und dann seht ihr diesen Schuss. Unendlich sein voll. Unendlich sein. Wenn dich allein. Sehen z' сами in der letzten Szene, bin nicht allein. Und dieses Licht wird Mario größer in Rosalde. Unendlich sein. Vielen Dank.